Guten Tag und herzlich willkommen bei The Drive Factory, einer Auto- und Motorradfahrschule, die in Bil und Umgebung tätig ist. Wir sind unabhängige Fahrlehrer und können deshalb individualisierten Unterricht betreiben, um einen sicheren Fahrstil zu entwickeln und die Fahrprüfung erfolgreich zu bestehen. Unser Motto, eine angemessene Anzahl Fahrstunden zu interessanten Preisen in einer sympathischen Umgebung. Überzeugt? Dann nehmen Sie sich Zeit, um vorbeizuschauen. Bei The Drive Factory können Sie alle Kurse belegen, die notwendig sind, um die Fahrersweise der Kategorien A, A1 und B zu erlangen. Sie können die theoretische Prüfung mittels Computerlernprogramm vorbereiten, den obligatorischen Nothelferkurs belegen, der auf Französisch und Deutsch gehalten wird, sowie den obligatorischen Verkehrskundekurs, der auch auf Französisch und Deutsch gehalten wird. Und natürlich können Sie auch Auto- und Motorradfahrstunden nehmen, sowie die obligatorischen Grundkurse für Scooter und Motorräder belegen. Bis bald und gute Fahrt!